Die Hörspieljury Wir hören selbst dann noch hin, wenn andere schon längst abgeschaltet haben. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Hörspieljury. Heute wieder im Hörspielstudio bei mir mein Mituror Myxin. Ja, hallo. Und heute auch wieder bei mir im Studio der Jay. Ja, hallo. Ja, heute geht es mal um was ganz anderes, um ein Hörspiel. Nein, natürlich geht es um ein Hörspiel, wie immer. Aber heute geht es mal um eine Kinderserie. Die drei Fragezeichen-Kids, Folge 37, der Fluch der Indianer. Die drei Jungs aus Rocky Beach treffen auf dem Marktplatz von Rocky Beach auf einen Indianer, der dort genau um Punkt 12 eine wichtige Sache bekannt geben möchte. Ein Fluch liegt auf den Bürgern von Rocky Beach und der Fluch ist uralt. Und jetzt ist es an der Zeit, dass dieser Fluch sich erfüllt. Und der Indianer weiß darum, möchte den Weißen helfen, den Leuten aus Rocky Beach. Es geht um Gegenstände, die verflucht sind, die Unglück bringen. Er hat aber ein Ritual, was diese Gegenstände, die kürzlich erworben wurden, reinigen kann. Ja, das Ganze wirkt ein wenig suspekt auf die drei Jungs. Andererseits kann der Indianer das sehr gut in Szene setzen. Ja, schon bald stellt sich heraus, dass eine Jacke, die Peter kürzlich erst bekommen hat, offensichtlich ein Rätsel birgt. Es ist eine von vier Jacken. Und die Jungs stecken auf einmal in einer Schatzsuche nach einem geheimnisvollen alten Dokument. Die Drei-Frage-Zeichen-Kids. Ein junger Ableger aus der Erwachsenen-Serie Die Drei-Frage-Zeichen mit anderen Sprechern. Es sind nicht Oliver Rohrbeck, Jens Wawracek und Andreas Fröhlich am Start, sondern Yannick Schumann, Yoshi Grimm und David Wittmann. Und hier beginnt schon das kleine erste Dilemma für einen alten, eingefleischten Drei-Frage-Zeichen-Hörer, der es gewohnt ist, dass die drei Jungs aus Rocky Beach sich total unterschiedlich anhören. Mein Eindruck war, ja, waren das überhaupt drei verschiedene? Ich hatte so das ganze Hörspiel über meine leichten Probleme rauszuhören. Wer spricht da jetzt eigentlich wen? Gut, vielleicht muss man auch ein, zwei Folgen mehr dazu hören. Die Jungs machen ihre Sache jedenfalls gut. Auch die anderen Sprecher sind gut dabei. Man hat natürlich für Kommissar Reynolds einen anderen Sprecher wählen müssen, weil Horst Frank kann leider nicht mehr Kommissar Reynolds sprechen. Auch Tante Mathilda mit Karin Ninevik ist nicht mit dabei, sondern Ingrid Kapelle. Aber ich muss sagen, die Produktion an sich ist sehr schön gemacht. Man erkennt die drei Jungs grundsätzlich wieder. Sie haben ihren eigenen Humor. Ich möchte mal ganz kurz hier hervorheben, dass mir Peters besondere Fähigkeiten in dieser Folge und wie die anderen beiden Jungs damit umgehen, mit einem Spruch sehr gut gefallen hat. Ich musste darüber schmunzeln. Und auch die Geschichte wirkt für drei Fragezeichenverhältnisse aus der heutigen Sicht doch sehr ansprechend für ein jüngeres Publikum. Sicherlich kann man sagen, das eine oder andere haben die Jungs etwas komisch gelöst. Da würde uns in der heutigen Zeit technisch sicherlich mehr einfallen, als zum Beispiel die Jacken zu zerschneiden. Da gibt es sicherlich die Möglichkeit, mit Fotoapparat und Fotomontage am Computer was zu tun. Auf der anderen Seite ist das ein Spannungselement, was zum Einsatz kommt mehrfach im Hörspiel und was das Ganze sehr charmant macht. Wie lässt mich das Hörspiel zurück nach dem Hören? Ja, man kann es hören. Ich kann es sicherlich auch wieder hören. Ich bin mit Sicherheit nicht die Zielgruppe dieses Hörspiels. Ich muss aber sagen, für ein jüngeres Publikum, für jemanden, der vielleicht zehn Jahre alt ist, ist das eine schöne Geschichte, die rübergebracht wird. Sie ist vielleicht etwas zu lang geraten, aber dieses Problem habe ich ja häufiger bei Hörspielen, dass Hörspiele einfach zu lang sind für das, was sie erzählen. Ist leider hier auch gefühlt wieder so ein Grenzfall für mich, aber es geht noch. Ansonsten Geräusche, Musik unaufdringlich, vorhanden, gut gemacht, sodass meine Wertung für dieses Hörspiel lautet, hierfür gibt es von Jay heute einen großzügigen Daumen rauf. Und damit übergebe ich an Myxin. Mach doch mal etwas über die Drei-Frage-Zeichen-Kids. Darum wurden wir oft gebeten in den weit über zwei E-Mails, die wir uns selbst geschrieben haben. Und für mich ist es das erste Hörspiel der Drei-Frage-Zeichen-Kids seit fünf Jahren. Zunächst einmal stelle ich fest, dass die Sprecher immer noch dieselben sind. Janik Schumann, David Wittmann, Yoshi Grimm, auch bekannt als Synchronstimmen aus den Drei-Frage-Zeichen-Kinofilmen. Und wie das so ist und wie man das hat kommen sehen, aus ihnen sind natürlich auch mittlerweile schon junge Erwachsene geworden, was man auch ein bisschen hört. Etwas gewundert habe ich mich, dass der Sprecher des Indianers für seine Rolle seinen spanischen Akzent ausgepackt hat. Ebenso wenig hat sich mir erschlossen, warum das, was er uns als indianischen Beschwörungsgesang anbietet, eigentlich mehr klingt wie etwas, was man morgens um halb drei in der Ausnüchterungszelle der Hamburger David-Wache hört. Nun kann man viel über Sinn und Unsinn einer solchen Spin-Off-Serie referieren. Ich bin der Meinung, die Original-Hörspiel-Serie Drei-Frage-Zeichen gibt es schon 35 Jahre. Die Sprecher sind entsprechend gealtert, die Hörer ebenso. Und da ist das schon in Ordnung, wenn man sagt, das junge Volk soll seine eigenen Drei-Frage-Zeichen haben. Ich hoffe, das zieht nicht weiter Kreise, denn ich kann sehr gut verzichten auf Serien wie Gabriel Burns Jr., Little Dorian Hunter und die TKKK, Rookies. Aber die Drei-Frage-Zeichen-Kids bestehen am Markt jetzt schon einige Zeit. und haben somit sicherlich auch ihre Berechtigung. Wenn man ein berühmtes Thema, das ein anderer erfunden hat, in einer Ableger-Variante fortführt, dann hat man wohl Anspruch auf eine gewisse Eigenständigkeit. Aber ich finde, man sollte sich trotzdem darum kümmern, dass man den Ton des Originals trifft und dass so eine geistige Verwandtschaft spürbar bleibt. Das kommt mir hier auf jeden Fall zu kurz. Zum Beispiel vermisse ich bei allen Detektiven die originären Charaktereigenschaften, wie sie Robert Arthur und Co. damals vorgelegt haben. Was ist zum Beispiel mit Justus' genialer Kombinationsgabe? Wo ist seine für das Alter ungewöhnlich gebildete Ausdrucksweise? Und wenn ich so aufs Cover blicke, dann erkenne ich die Detektive auch nicht wieder. Warum hat Peter plötzlich rote Haare und die Frisur eines riemigen Kakadus? Es wird zwar behauptet, wir hören in dem Hörspiel Justus, Peter und Bob, die drei Detektive vom Schrottplatz Titus Jonas in Rocky Beach. Aber das kommt bei mir nicht an. Für mich könnten das genauso gut Justin, Kevin und Dennis sein, die drei Junghipster vom Lidl-Parkplatz in Köln-Portz. Die Geschichte ist im Großen und Ganzen in Ordnung, allerdings auch relativ unspektakulär. Es gibt keine besonderen Spannungsbögen, es gibt keine überraschenden Wendungen im Plot und ich konnte mich des Eindrucks einer gewissen Oberflächlichkeit nicht erwehren, die zum Beispiel darin zum Ausdruck kommt, dass der Indianer Ron Hill im Hörspiel die ganze Zeit nur irgendein Indianer ist. Bei der Original-Drei-Fragezeichen-Serie war immer zu jeder Zeit klar, ob wir es mit den Kumesh-Indianern zu tun haben oder mit dem Volk der Winde oder mit den Jekyll. Bei Ulf Blanks Drei-Fragezeichen-Kids hielt man es offenbar nicht der Mühe wert, der Figur einen entsprechenden Background zu verschaffen, zumindest nicht in der Hörspielfassung. Das Hörspiel dauert 73 Minuten, die Geschichte bietet aber nur Substanz für die Hälfte der Zeit und das Erzähltempo ist gemächlich bis langatmig. Ich will nicht behaupten, das Hörspiel ist öde, aber einer Banane auf der Fensterbank beim Braun werden zuzusehen, ist mit Sicherheit spannender. Wenn es der Geschichte an Atmosphäre und Spannung mangelt, dann ist es ein probates Mittel, dies ein Stück weit mit geschicktem Einsatz von Musik und Effekten zu kaschieren. Hier wird nicht einmal der Versuch unternommen. Die Menschenmenge, die sich um den Indianer versammelt, klingt für mich eher nach beschaulichen Impressionen vom Gemeindeplatz Uhlenbusch am Volkstrauertag. Und auch musikalisch bleibt das Hörspiel blass. Das Einzige, was hängen bleibt, ist der Titelsong. Der ist ein Ohrwurm, leider ein nerviger. Ich will nicht bestreiten, dass junge Hörer im Grundschulalter ihren Spaß mit dieser Folge haben können, aber Hörer mit weiterem Hörspielhorizont wissen, dass es bedeutend Besseres am Markt gibt, auch für diese Altersgruppe. Und auch einen mittleren Hörspiel-Daumen muss man sich erst verdienen. Und dafür sind mir hier in diesem Hörspiel zu wenig positive Aspekte aufgefallen. Und auch auf die Gefahr hin, dass mich der Fluch der Indianer trifft und mich spontaner Sprühdurchfall beim Bodenturnen ereilt, zeigt heute mein Hörspiel-Daumen nach unten. Ja, das hatten wir noch nie in dieser Form. Vielen Dank, Maxine. Wir haben ein Novum. Also das Ergebnis ist wirklich neu und zeigt sicherlich auch, dass unsere Hörspieljury zwei Meinungen bietet bei zwei Juroren, die wir vorher nicht abgesprochen haben. Ja, und richtig oder falsch, die Frage stellt sich ja nicht. Das liegt immer alles irgendwie in den Ohren des Zuhörers. Mit welchem Auge bzw. Ohr man die ganze Sache betrachtet? Und ich denke mal, unsere beiden Meinungen kann man so stehen lassen. Sie zeigen aber auch, dass man sehr unterschiedlich mit diesem Hörspiel umgehen kann. Aufgabe der Hörspieljury ist ja nicht, mit einer Stimme zu sprechen, sondern man kann ja durchaus auch unterschiedlicher Meinung sein. Ich habe mir gedacht, die Original-Hörspiel-Serie, die drei Fragezeichen, die sollen ja, glaube ich, so Teenager darstellen. Sagen wir vielleicht so im Alter von 16, 17 Jahren. Und die drei Fragezeichen Kids habe ich immer so verstanden, dass sie sich an ein jüngeres Publikum wendet, mit Detektiven im jüngeren Alter, vielleicht so Zwölfjährige. Da das aber auch bei dieser Serie stimmlich nicht mehr glaubhaft funktioniert, finde ich, dass die Serie ihre Grundidee verwirkt hat. Weil ich finde, wenn ich schon eine Serie habe, die drei Fragezeichen Kids, dann will ich in der Serie auch Kids hören. Wie egal ist dir das? Ja, das stimmt grundsätzlich. Wir haben natürlich irgendwo schon das Problem, dass wir selten in Hörspielproduktionen wirklich Kinder hören. Meistens sind es jung gebliebene Erwachsene. Und ich kann mir vorstellen, dass aus Hörspielmachersicht es schwierig ist, dauerhaft jemanden zu haben, der vielleicht 10, 11 Jahre alt ist, weil der kommt rein biologisch betrachtet ein, zwei Jahre später in den Stimmbruch. Und dann ist die Stimme weg. Und dann habe ich im Prinzip alle zwei Jahre spätestens wahrscheinlich einen Sprecherwechsel und habe in meiner Serie, die ich eigentlich durchhalten möchte, Sprecher, die immer wieder neu aufgebaut werden. Das ist eben die Krux. Also entweder muss ich regelmäßig die Sprecher wechseln, das ist total blöde, oder ich habe irgendwann Sprecher, die nicht mehr so klingen wie das, was sie uns verkaufen wollen. Das finde ich genauso blöde. Deshalb ist da eigentlich meine Haltung. Man muss die Serie nicht so lange laufen lassen, bis es irgendwann nicht mehr funktioniert. Früher hatten wir auch Serien, die über sieben oder über zehn Folgen liefen. Damals bei Europa nehmen wir die Abenteuerserie von Endet Blyton, nehmen wir die Rätselum-Serien, nehmen wir Trixie Belden. Das waren alles kurze Serien. Und da stellte sich die Frage mit dem Stimmbruch und mit dem Älterwerden der Stimmen nicht. Aber man will ja Geld verdienen. Also reitet man den Gaul so lange, bis er irgendwie wirklich überaltet und erschöpft am Boden liegt. Also während die Originalserie von den Drei-Frage-Zeichen ja immer versucht, den Spagat hinzukriegen, sowohl für die jungen Hörer als auch für die vielen Erwachsenen-Hörer eine Serie zu sein, hat sich, wie gesagt, Drei-Frage-Zeichen-Kids ja sehr spezialisiert. Und dieses Konzept könnte man ja theoretisch auch in die entgegengesetzte Richtung weiterspinnen, indem man sagt, warum nicht die Drei-Frage-Zeichen als Erwachsenen-Serie mit mittlerweile in die Jahre gekommenen Detektiven, die in Los Angeles ihre eigene Detektivagentur leiten und ihre Fälle für Große führen. Senior Investigators. Das böte dem Trio Rohrbeck, Wawritschek, Fröhlich übrigens die Möglichkeit, auch noch Jahrzehnte ihre Rollen zu sprechen, ohne dass es peinlich ist. Was hältst du denn davon? Ja, überlegt habe ich mir das auch in diesem Zusammenhang, weil wir dieses Mal die Drei-Frage-Zeichen-Kids haben und über die Drei-Frage-Zeichen ja auch schon gesprochen haben und gedacht habe ich auch schon, ja, man müsste das Thema auch mal ansprechen, was ist mit der ganzen Geschichte, wenn man damit ins Erwachsenenalter gehen würde und genau das, was du schilderst, könnte man jetzt auch machen, die Drei-Frage-Zeichen-Grown-Ups sozusagen. Interessanter Gedanke, man könnte ein bisschen härter werden in der Geschichte. Man könnte auch tatsächlich mal mit Mord spielen, mit Gewalt, sehr viel mehr agieren, als das bei den Drei-Frage-Zeichen-Kids natürlich möglich ist und interessant ist die Sache schon. Natürlich wird es dazu niemals kommen, das ist uns auch klar, aber ich finde die Idee eigentlich ganz ansprechend, ich wäre dafür. Man hätte mit der Zeit gehen können, man hätte die Jungen älter werden lassen können, denn ganz ehrlich, also 160 Fälle innerhalb von gefühlten zwei Jahren Lebensspanne unterzukriegen, das ist Wahnsinn und daneben gibt es ja angeblich immer noch Gefälle, die es gar nicht in irgendeine Geschichte geschafft haben, wie wir ja auch schon in anderen Geschichten gehört haben. Dann noch die Drei-Frage-Zeichen-Kids, ja, jetzt noch die Erwachsenen, da könnten wir dann mal so richtig loslegen. Wahrscheinlich kommt dann der Sohn von Morten, der dann mit dem, nicht mehr mit dem Rolls-Royce, sondern vielleicht mit einem moderneren Wagen noch vorfährt, wenn man das Ganze auf die Spitze treiben wollte. Diese Hörspieljury werden wir aber jetzt nicht weiter auf die Spitze treiben und deswegen hören wir uns nächstes Mal wieder, wenn es wiederum heißt Indianerherz kennt kein Schmerz, auch wenn es wehtut. Hier ist die Hörspieljury. Die Hörspieljury wurde präsentiert von experimentstelle.de Die Hörspieljury wurde präsentiert von experimentstelle.de Die Hörspieljury wurde präsentiert von experimentstelle.de